Die Friedrich-Platt GmbH aus Eberbach bei Heidelberg produziert Schaumstoffzuschnitte für die Möbel- und Automobilindustrie und fertigt Mischungen für die Pinsel-, Besen- und Bürstenindustrie an. Ob pflanzliche Fasern, Kunststofffasern oder Tierhaare, gespitzt, geschlitzt oder gemischt, beste Rohstoffe und höchste Qualitätsstandards sind für uns Pflicht. Unsere Schaumstoffzuschnitte liefern wir an Kunden namhafter Möbel- und Polsterhersteller, in die Automobil- und Medizintechnologie sowie an Privatkunden. Wir verarbeiten Schaumstoffe für die verschiedensten Anforderungen, von ultraweich bis extrem fest. Mit modernsten CNC-Maschinen in Drehprogrammen und durch den Einsatz diverser Nachbearbeitungsverfahren wie Fräsen, Kleben oder Kaschieren kann eine extrem große Bandbreite passgenau und in der von Ihnen gewünschten Qualität natürlich ISO-zertifiziert umgesetzt werden. Schaumstoffe